Ich drohle er! Herr General Feldmarschall, der Führer möchte Sie sprechen. Hören Sie zu, Kalte. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Schuh. Gut. Also dann, gute Reise. Ich brauche auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist? Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wie lange können Sie noch halten? Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Mein Führer? Alles in Ordnung, komm. Mit welchen Kräften, mein Führer? Mit welchen Kräften, mein Führer? Wie lange ist das einfach getrunken? Das Militär hat mit mir geholfen! Du bist auf Starnsdorf vor. Aber mein Führer, die 12. Armee verschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das war ein Befehl. Der Amt von Steiners war ein Befehl. Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Nichts als Feiglinge, verreicht ein Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganze Robber erobert. Verräter, von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich bin einiger Mann. Das war's für heute.